Freie Wähler Landtagsfraktion. Frag Fabian. Frag Fabian. Servus zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Fabian, in der es heute um die Automobilindustrie in Bayern geht. Und zwar deshalb, weil mir der Christopher aus Aschaffenburg geschrieben hat. Er nimmt Bezug auf das jüngste Urteil zu VW, die entsprechenden Entschädigungen zum Betrug beim Diesel und fragt sich, ob die angesichts der Corona-Krise jetzt in Aussicht gestellten Förderungen für die Automobilindustrie angemessen seien. Er will wissen, wie wir Freien Wähler dazu stehen, dass die Branche, die da jetzt über VW verurteilt worden ist, möglicherweise noch Steuergelder dafür bekommen soll, die Corona-Krise bestmöglich zu überwinden. Lieber Christoph, ich bin da sehr dankbar für die Frage, weil sie so ein bisschen die Gelegenheit eröffnet, da auch aufzuklären, weil ich das Gefühl habe, dass da ein Stück weit Kraut und Rüben miteinander verglichen wird, dass da Äpfel und Birnen gemischt werden. Ich bin nämlich fest davon überzeugt, dass wir zwei Dinge auseinanderhalten müssen. Zum ersten Thema, dem Verfahren gegen VW, eine ganz klare Aussage, wer betrogen hat, der muss in einem Rechtsstaat zur Verantwortung gezogen werden. Wir stehen deshalb als Freie Wähler Landtagsfraktion, als Teil der bayerischen Staatsregierung, eindeutig hinter der Rechtsprechung, die da stattgefunden hat. Und ich persönlich empfinde es sogar als einigermaßen hanebüchen, wie es dazu kommen musste, dass VW nämlich nicht von sich aus schon im Vorfeld die Dinge geregelt hat, sondern sogar, wie man das den Zeitungsberichterstattungen entnehmen kann, versucht hat, noch ein Stück weit Schuld von sich zu weisen, jetzt proaktiv reagiert, um mögliche Gerichtsverfahren vorauszunehmen. Endlich jetzt, wo es gerichtlich erzwungen worden ist, erst die Entschädigung anbietet, die den Menschen, die betrogen worden sind, zusteht. Also ganz klare Ansage, wer in unserer Heimat, wer in einem Rechtsstaat betrügt, der muss dafür ohne Ansehen von personenwirtschaftlicher Bedeutung oder Markenstruktur schlicht und einfach zur Verantwortung gezogen werden. Deshalb ist es richtig, was jetzt mit Blick auf VW geschieht. Und deshalb ist es auch richtig, dass die Menschen, die da betrogen worden sind, entsprechenden Schadensersatz von den Betrügern, von den überführten Betrügern bekommen. Das ist die eine Baustelle. Die andere Baustelle aber ist die Automobilindustrie in Bayern ganz insgesamt und die Herausforderungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Krise dafür zu meistern sind. Denn ich glaube schon, dass in einer Zeit, in der in Amerika einer sagt, America first und in der in Frankreich einer in vielerlei Hinsicht Wirtschaftsprotektionismus im Elysee-Palast betreibt, wir uns in Bayern nicht dafür schämen müssen, dass wir Autoland sind. Ich finde vielmehr, das ist etwas, wo wir stolz drauf sein können. Denn die halbe Welt beneidet uns darum, dass wir Autoland Bayern sind, beneidet uns um unsere Produkte und nahezu jeder vierte Arbeitsplatz in unserer gemeinsamen Heimat hängt mittelbar und unmittelbar von Automotive ab. Will heißen, wenn wir in der Corona-Krise der Automobilindustrie helfen, dann helfen wir nicht einzig den Großen, den BMWs und den Audis, die es möglicherweise auch ohne den Start einigermaßen schaffen würden. Nein, dann helfen wir insbesondere all den Zulieferbetrieben, den Familienbetrieben, den Mittelständlern, die da dranhängen. Und vor allen Dingen sorgen wir dafür, dass die Menschen in unserer Heimat ihre Arbeit behalten können, dass es mit unserem Wohlstand, mit unserer Wirtschaft gut weitergeht. Denn nur wenn das der Fall ist, dann können wir auch im Bereich der Kinderbetreuung, der Ausbildung, der Schulbildung, im Bereich der medizinischen Versorgung all das tun, was wir mit der Wertschöpfung, die wir in der Wirtschaft generieren, am allermeisten innerhalb der Struktur der bayerischen Wirtschaft über Automotive und die Zulieferbetriebe. Nur wenn das funktioniert, können wir all das andere entsprechend damit bezahlen. Und zusätzlich haben wir natürlich auch die Chance, Innovationstreiber zu sein, mit entsprechenden Forderungen aus dieser Krise heraus. Wenn wir also ein Stück weit die Krise auch als Chance begreifen, dann ist das jetzt natürlich die Chance, eine längst überfällige Wende in der Antriebstechnologie, bei den Motoren, mit Blick auf den Umweltschutz einzuleiten, ja ein bisschen beschleunigend zu wirken auf die Prozesse, die davor Corona begonnen haben. Mit anderen Worten ist es also durchaus sinnvoll und nicht irgendwie Steuergeld den Großen nachgeworfen oder sinnlos Geld ausgegeben, wenn wir politisch darüber nachdenken, auf welche Weise, die Art und Weise wird dann clever und klug sein müssen und nicht nur im Sinne von Abwrackprämien, auf welche Weise wir möglicherweise den Wesenskern der bayerischen Wirtschaft, ja unser Autoland Bayern unterstützen, dabei helfen, möglichst gut aus dieser Krise rauszukommen und die Weltmarktführerschaft, auf die wir in Bayern sehr stolz sein können, auch nach Corona zu behalten. Das ist aber völlig unabhängig von denjenigen, die betrogen haben und die dafür zur Verantwortung gezogen werden müssen. Mit anderen Worten, lieber Christopher, aber sieht man an diesem Thema einmal mehr, dass Politik halt nicht schwarz und weiß ist, sondern wesentlich differenzierter, dass es nicht die eine Wahrheit gibt, sondern dass man sich die Dinge sehr genau anschauen muss, rechtsstaatlich handeln muss, dort wo Betrug, dort wo Rechtsbruch stattgefunden hat, aber auch proaktiv gestalten darf und ganz ehrlich auch stolz sein darf auf unsere bayerischen Erfolge, wie beispielsweise im Bereich von Automotive. Das ist nichts Anrüchiges, sondern das ist was, wofür man uns auf der ganzen Welt beneidet und deshalb sollten auch wir Bayern uns nicht dafür schämen, sondern wir sollten stolz sein und wir sollten auch kraftvoll politisch versuchen, genau diese Weltmarktführerschaft aus Bayern heraus zu behalten. So viel, lieber Christopher, zu deiner Frage und wenn ihr eine Frage habt, dann postet die unten in den Kommentaren. Ich kümmere mich darum, dann geht es nächstes Mal vielleicht um euer Thema, wenn es wieder heißt, frag Fabian. Fabian